Schönen guten Tag, heute ist der 20.04.2023 und deswegen freuen wir uns sehr wieder am Start zu sein. Und guck mal, Norbert trinkt schon extra aus der Bluna. Ah ja, darf man nicht sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab echt Gänsehaut, ne? Hier, da, guck. Hab ich mich erschrocken, alter schön. So, guck mal, Norbert, aber eine schöne neue bunte Palette, die wir hier haben. Ja, sehr farbenfroh, gerade die Mitte. Ja, die Mitte ist farbenfroh. Die Mitte ist wie immer sehr. Moment mal, schwarz-gelb, Norbert. Ich guck ja in die andere Richtung. Ja, und von hier oben ist der Sänger das letzte Mal. Von hier nach da. Hat er gut gemacht. Genau, mal gucken, was heute so passiert. So, jetzt hab ich hier die ganzen alten Kameras noch wieder nach dreieinhalb Jahren ausgepackt. Gehen die noch? Gehst du noch? Na ja, ein Biskitschmutz ist dran. So soll es doch gehen, vielleicht, oder? Und die andere, jetzt ist die Frage, was ist mit dir? Gehst du denn noch? Ja, und so stellen wir die jetzt gleich einfach in den Vorgarten. Und wenn du dich sagst, lass dich die Hunde los. Und Hälter und Plastikion los Das hat gar nicht, überhaupt gar nicht funktioniert, überhaupt nicht.